Ich bin auf jeden Fall als Tank drinnen, du wahrscheinlich aber nicht als Heiler, oder? Doch, ich melde mich nur als Heiler an. Okay. Mann, nimm an, Junge. Wir haben doch keine Zeit, Helvi. No time. Oh yes, das ist gut, hier habe ich für mich noch keine Quests. Wer ist Tank? Ich bin Tank, ne? Kann das sein, ich habe jetzt die CD mit angemeldet. Here we go. Oh, wow. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich drücke, aber es funktioniert trotzdem. Das ist ein bisschen von der Taste, das ist ein Special Instant, ich kann es auch sein, Sie haben eine Target-Change. Achso, wir treffen uns dann in der Mitte zusammen, quasi zusammen, ist ja auch nett. Oh, der Charged da. Oh, der Charged da. Ich muss mir das alles mal auf Leisten legen, das ist ja furchtbar. Ich kann mir vor wie so ein halber Klicker hier. Krass, hat das ein Spott irgendwie integriert, dieses Ding? Das macht extrem viel Akku. Ich sehe es schon. Kannst auch ein bisschen mehr Polen, ich bin hier unterfordert chronisch. Ja, ja. Ich muss ganz kurz mal die Leisten hier umstellen, das geht gerade gar nicht. Warte mal, die Interface, ja. Keybindings, wo ist das denn? Mouse wheel up. There we go. Nummer 5 ist das schon? Okay. What the heck. So. Okay, we turn the game. Wo seid ihr denn hin? Was? Ach, ich hab dich schon dazu gebraucht vorzulaufen. Ja. Hier. Oh. Ich bin da sehr froh. Schöten das ist, wie wir die Provoke finden. Oh. Und jetzt, was wir tun können? Oh, ich weiß. Oh, ich weiß nicht. Waufe? Oh. Oh, ich weiß nicht. Und jetzt, was ich sicher ist. Ja, da, 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 da. Uah, nicht Platz 1! Wie er erstmal Heiler ist und... Ach ne, noch nicht. Hä? Warte grausal, Heiler und Platz 2. Die sterben ja gar nicht, die Viecher. Hallo. Hallos. Oh. Voll kacke, die haben heute unsere Gaming-Halle abgeschlossen. Ich komm da nicht mal rein. Wir sind übrigens gerade in der Aufnahme, also falls du nicht wieder über deine Freundin reden möchtest. Das kannst du sonst auch früher sagen. Was macht ihr denn grad Schönes? Zocken. World of Warcraft. Ah. Alex, du spielst wieder? Nee. Nicht mit Moiner-Count. Ja, hilf mir mit Moiner-Count. Ja, hilf mir mit Moiner-Count. Und wie kann man voll wenig Sachen mit dem machen, so. Ich dachte man kann irgendwas spammen, aber irgendwie ist dem nicht so. Kräne-Kick. Ich hab's ja was. Doch, bald kannst du spammen. Ich muss auch darauf achten, dass ich diese anderen Dinger da einsammle, unbedingt noch. Ach, äh. Was ist denn mit... Inventory? Oh mein... Wo sind denn meine Handschuhe? Habe ich die gerade nicht gewonnen, die Handschuhe oder was ey? Weiß es nicht, ich achte da gar nicht drauf. Sieht nicht so aus. Oh, nice one. Das ist ja irgendein Schlag. Kecksmash. Aber doch immer. Was ist das? Was ist das? Very nice I don't heal Was so nicht deine Rolle zum Vorrollen? Habe ich doch genau das weg gemacht Yes it is a charge Der viel zu lange ab ging es halt leider Ist ja so geil Okay Ich glaube das Ding macht doch Macht das eigentlich Schaden? Ich weiß es nicht glaube ich nicht Aber ich weiß es nein Nö Ah er fällt hier runter Okay okay Ich habe noch eine gekriegt, ey. Da ist noch genug unterwegs. Da, du Strom geht ab. Nice. Amos, Domina, perfekt, Alter. Würfel mal mit, bitte. Ich habe schon immer weg. Immer mitwürfeln. Bei so weit. Scheiße, ich wollte ihn anstarten. Verdammt. Haben wir jetzt gewonnen, die Schuhe? Bestimmt wieder diese blöde Eule da, war? Weiß es nicht. Nee. Ach, das ist der Dingsbums hier. Ist das ein Enhancer? Schamane. Ja, beide auch noch Enhancer, das war ja wieder klar. Du hast diese Heizen noch gar nicht eingesammelt. Was? Du musst die Devia-Dinger noch einsammeln. Naja, es kommen ja noch sehr viele hier oben, wo wir noch nicht entlang waren. Was? Das sagst du. Wir können ja gleich, wir können ja vom Level her gleich in die nächste Instanz. Hier brauchen wir uns gar nicht das zweites Mal mit diesem Zeug hier aufhalten. Wir können ja fast. Seid ihr jetzt alle lange eigentlich, würde ich auch freuen, ob wir noch so... Na runter hochkommen, da ist hinter dran... Jetzt, 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 jetzt. I know that, I know that. Und dann? Oh, I see you. I see you! I see you! Und dann gibt's ja diesen Crane Kick. Und dann schau halt den Buch nach, wie ich weiß es nicht mehr. Und dann ist ja voll langweilig, irgendwie zusammen zu spielen. Du bist ja nicht in der Lage, mit mir irgendwie was zu reden, ey. Weißt du, wenn ich einen meiner Fans frage, ja, und sage hier so... Was muss ich hier machen, dann kommt...